Herzlich willkommen! Heute blicken wir nach Indien, wo seit dem 19. April und noch bis zum 1. Juni gewählt wird. Denn es erfordert viel Zeit, um in dem grossen Land mit über 1,4 Milliarden Einwohnern eine Parlamentswahl durchzuführen. In Indien sind fast 80 Prozent der Einwohner Hindus, aber es gibt grosse religiöse Minderheiten, darunter die Muslime. Nur wird im hindu-nationalistischen Indien von Narendra Modi Regierungschef seit 2014 jemand, der nicht Hindu ist, stigmatisiert und unterdrückt. Der Premierminister sprach in Rajasthan bei einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag von Eindringlingen, die mehr Kinder haben. Seine Partei prangert Indiens 200 Millionen Muslime immer wieder als eine Bedrohung für die Bevölkerung an. Aus diesem Anlass wollen wir uns ansehen, welche Strategie Narendra Modi auf nationaler und internationaler Ebene verfolgt. Als Regierungschef im reichen Gujarat an der Grenze zu Pakistan begann Modi seine politische Karriere. Von 2001 bis 2014 vertrat er dort die Hindutva, einen kulturellen Nationalismus, dem seinem Bharatiya Janata-Party, die BJP, nahesteht. Die Parlamentswahl von 2014 gewann der auf Twitter sehr aktive Populist mit dem Versprechen wirtschaftlicher Reformen haushoch. 2019 erzielte Modi ein noch besseres Ergebnis. Er begünstigt eine systematische Diskriminierung der Muslime, Kriminalisierung der Schlachtung von Rindern, Aberkennung der Staatsbürgerschaft in Assam, Bau eines Tempels am ehemaligen Standort einer Moschee. In Jammu und Kaschmir, dem einzigen mehrheitlich muslimischen Bundesstaat, ging die Regierung noch weiter. Im August 2019 hob sie die durch die Verfassung zugesicherte Autonomie der instabilen Grenzregion auf. Um diese streiten sich Indien, Pakistan und China. Trotz seines Hindu-Nationalismus und seiner autoritären Politik ist Modi auf internationaler Ebene angesehen und er verfolgt eine vielfältige Strategie. Zunächst zu Indiens unmittelbarer Nachbarschaft. Trotz der erdrückenden regionalen Übermacht Chinas versucht Indien von jeher, sich gegenüber seinen Nachbarn als Regionalmacht durchzusetzen. Indien hat aber auch gute Beziehungen zu den USA, die im strategisch wichtigen Indopazifik angesichts der Ambitionen Chinas sehr präsent sind. Darüber hinaus nähert es sich Japan an. Die beiden Länder wollen in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht künftig enger zusammenarbeiten. Und es pflegt trotz alledem gleichzeitig seine Beziehungen zu Peking und zu Moskau. China ist einer der wichtigsten Handelspartner Indiens und seit 2017 ist Indien Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Diese war von China und Russland gegründet worden. Indien unter Modi brach nicht mit Putin, als dieser im Februar 2022 die Ukraine überfiel. So kauft es dem mit Sanktionen belegten Russland grosse Mengen an billigem Erdöl ab, raffiniert es und verkauft es dann zu Marktpreisen in der ganzen Welt. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017